Endlich und ich wiederhole, endlich darf ich euch von ersten Drittherstellerobjektiven für Canon mit Autofokus berichten, aber kleiner Spoiler, es gibt dazu eine kleine Einschränkung. Dazu gab es diese Woche noch neue Infos zu Fuji X-T50, die ich persönlich spannender finde als die Fuji X-106. Ach, ich freue mich auf die neue Ausgabe von Fotografix News, also würde ich sagen, auf geht's! Egal ob auf YouTube, eurem Podcastplayer oder im Wochenrückblick auf Fotografix, ich informiere euch einmal pro Woche über die spannendsten Neuigkeiten aus der Welt der Digitalfotografie. Wolltet ihr mich dabei unterstützen, dann abonneht doch Fotografix News gerne, egal wo es geht. Meine geheimen Informationen verraten mir nämlich, dass jede Woche viele neue Zuschauer die neuen Folgen auf YouTube sehen. Ein Abo informiert euch dann ganz automatisch jeden Freitag über die neue Folge. Ebenfalls wieder mit dabei ist unser Sponsor Fotokoch, euer und unser Partner für Fotografie und Videografie. Und aktuell gibt es bei Fotokoch eine Cashback-Aktion für Sigma-Objektive, bei der ihr nach dem Kauf Geld zurückbekommen könnt. Dabei gibt es insgesamt fünf Sigma-Objektive, ein Cashback von bis zu 200 Euro. Alle Angebote findet ihr über den Link in unseren Shownotes. Starten wir jetzt in die Themen der Woche mit der Fuji X-T50, zu der es auf Gerüchte-Seiten neue Infos gab. Fujis nächste Systemkamera soll am 16. Mai zusammen mit der GFX100S II und dem neuen XF 16-50mm f2.8 bis f4.8 vorgestellt werden. Dabei soll sie die Nachfolgerin der Fuji X-T30 II werden. Die T40 wird Fuji voraussichtlich überspringen, da die neue Kamera schlicht sich zur fünften Generation der Fuji Systemkameras mit APS-C-Sensor gehören wird. Die X-T50 wird somit wahrscheinlich mit dem X-Processor 5 ausgestattet sein und soll dabei den 40-Megapixel-Sensor aus der X-T5 und auch aus der X-H2 bekommen. Die Seite Fuji Rumors spricht zudem von einem integrierten Bildstabilisator, liefert aber noch keine Infos über dessen Effizienz. Auf der Social-Media-Plattform Weibo ist inzwischen sogar ein Bild aufgetaucht, das eine Kamera mit dem Schriftzug X-T50 zeigt. Das deutet in der Regel auf eine baldige Präsentation hin. Da alle weiteren Infos bislang eher Spekulationen sind, möchte ich gerne in den Kommentaren auf YouTube unten drunter und auf meinem Wochenrückblick auf Fotografics eine kleine Diskussion anregen. Denn ich persönlich finde eine X-T50 mit 40 Megapixel-Sensor und IBIS persönlich spannender als die X-106, mit der Fuji seit Marktstadt ja für ziemlich viel Furore sorgt. Die X-T5 habe ich mir Anfang der Woche mal ausgeliehen und finde die Fotos echt schick. Ich habe euch jetzt auch auf YouTube ein paar eingebunden. Natürlich ist der Formfaktor der X-T-Modelle und natürlich auch von der X-T5 und als Systemkamera noch einmal ein bisschen anders als bei der X-106, die ja als Kompaktkamera erscheint. Ein etwas größeres Gehäuse würde ich aber für Wechselobjektive durchaus in Kauf nehmen. Seid ihr andere Meinungen? Dann freue ich mich besonders auf eure Kommentare. Ebenfalls ein wenig kontrovers waren zwei offizielle Ankündigungen in der vergangenen Woche. Denn Sigma und Tamron haben erste Drittherstellerobjektive für Canon-Systemkameras mit Autofokus angekündigt. Applaus! Während Tamron lediglich ein 11-20mm f2.8 vorgestellt hat, gibt es bei Sigma insgesamt sechs Objektive aus der Contemporary-Serie. Darunter vier Festbundweiten mit 16, 23, 30 und 56 mm. Jeweils mit einer Lichtstärke von f1.4 und zwei Zoom-Objektive, die über durchgehende Blenden von f2.8 verfügen. Die Brennweiten liegen hier bei 18-50mm und bei 10-18mm. Und wie die Brennweiten bereits erahnen lassen, handelt es sich bei allen Linsen leider um APS-C-Objektive. Wer also Canons Vollformat-Kameras nutzt, der geht aktuell noch leider leer aus. Ob Sigma und Tamron zukünftig auch Vollformat-Objektive für Canon herausbringen, das ist aktuell leider noch immer unklar. Kontrovers ist das Thema, da vor allem Canon Vollformatler seit Monaten und sogar vielleicht seit Jahren auf Dritthersteller-Objektive mit Autofokus warten. Und unter Max News auf Fotografik sammeln sich inzwischen schon über 170 Kommentare zum Thema. Also, Frage an euch, seid ihr enttäuscht oder freut ihr euch trotzdem über die Neuigkeiten? Freue mich auf eure Meinung. Weiter geht's mit Gerüchten und zwar mit Gerüchten zu einer neuen Panasonic-Kamera. Denn eine zuverlässige Quelle will erfahren haben, dass Panasonic im Mai eine neue Kamera vorstellen wird. Andrea Pezzini, der auf YouTube einen wirklich spannenden Kanal betreibt, spricht dabei von einem Modell, mit dem wirklich niemand rechnen soll. Denn es soll sich um ein völlig neues Modell handeln, also kein Nachfolger für etwa die GH6 oder die S1R. Panasonic hatte in der Vergangenheit schon mal angedeutet, dass man eine wirklich kompakte L-Mount-Kamera auf den Markt bringen möchte. Seitdem gab es aber keine wirklich neuen Hinweise auf ein solches Modell. Eventuell bringt Panasonic aber auch eine neue Kompaktkamera auf den Markt. Nachdem die Fuji X106 den Bedarf für derartige Produkte ja durchaus nochmal bestätigt hat. Wenn ich mehr weiß, lasse ich euch das natürlich umgehend wissen. Also, wir bleiben dran. Auch Nikon-Fans gehen diese Woche nicht leer aus, denn auf der Homepage des Nikon-Service-Points Dresden hat sich vor einigen Tagen ein wirklich interessanter kleiner Fehler eingeschlichen. Bei diesem sind in der Webseitenbeschreibung, die man etwa immer bei Google unter dem Titel der Seite angezeigt bekommt, die Namen Z6 III und Z7 III aufgetaucht. Das ist insofern eine Überraschung, als dass die Gerüchte bislang immer auf einen baldigen Launch der Z6 III hindeuteten. Dass es sich hierbei nicht um nur einen kleinen Tippfehler handelte, ließ sich für kurze Zeit im Quell-Code der Website überprüfen, denn dort wurden die Z6 III und die Z7 III separat neben den Vorgängermodellen Z6 II und Z7 II aufgelistet. Auch wenn dieser Patzer irgendwie echt spannend ist, muss ich aber nochmal darauf hinweisen, dass es hierfür echt viele Gründe geben könnte. Vielleicht hat sich ein Techniker gedacht, dass es die Modelle schon gibt oder der Service-Point wollte die Gerüchteküche ein wenig anheizen. Falls ja, dann haben sie es natürlich geschafft, denn ich rede ja schließlich gerade darüber. Deshalb nochmal der Hinweis, lasst uns mit der offiziellen Nikon-Party auf die offizielle Ankündigung warten. Als letzte Meldung möchte ich euch diese Woche noch von drei neuen Drittherstellerobjektiven von Sony und Nikon berichten. Letzte Woche hatte ich euch vom günstigen Tilt-Shift-Objektiv von Seven Artisans erzählt. Falls sich das interessiert, dann hört und schaut einfach die Folge 56 von Fotografics News. Der Hersteller bringt jetzt aber noch zwei weitere Objektive auf den Markt. Beim ersten handelt es sich um ein 27mm f2.8 für Sonys APS-C-Kameras mit E-Mount, das für etwa 139 Euro erscheint. Für Nikons Vollformat-Kameras gibt es hingegen ein 50mm f1.8 für knapp 230 Euro. Wildrocks stellte zudem ein 40mm f2.5 für knapp 190 Euro vor und bringt es auf den Markt, das ebenfalls für Nikons Vollformat erscheint. Wollt ihr zuschlagen, dann findet ihr Produktlinks in unserer News zu den drei Objektiven. Natürlich verlinke ich euch das auch wieder in den Shownotes. Und das war es schon mit den wichtigsten Kamera- und Objektiv-News für diese Woche und mit der letzten Ausgabe von Fotografics News im April. Wenn ich so an alle Gerüchte aus dem April zurückdenke, dann kriege ich jetzt schon Schweißausbrüche, wenn ich an den Mai denke. Fotografics News wird nächsten Monat aber natürlich umso spannender, wenn wirklich so viele neue Produkte herauskommen werden. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Daher nochmal der Hinweis, abonniert Fotografics News als Podcast oder auf YouTube und klickt fleißig auf Gefällt mir, wenn euch die neue Folge gefallen hat. Ich verabschiede mich bis nächste Woche und wünsche euch einen guten Start in den Mai. Auf Wiederhören!